Herzlich Willkommen zur nächsten Folge. Jetzt sind wir wieder bei Deep Rock Galactic Survivor gelandet, weil es gab mal, oder eher gesagt, vor kurzem kam ein Update rein, und zwar eine neue Map, Salzgruben. Dazu gab es auch neue Items, drei Stück, die sind, glaube ich, immer so basierend auf, wie viel HP man noch hat. Je weniger man hat, desto stärker wird man, in Bezug, glaube ich, auf oder Tankiness oder Damage. Irgendwas war da, ich kenne hier noch nicht, warte mal. Ach, wobei, wir finden hier ein Game. Gehen wir mal direkt schon mal rein, würde ich sagen, wir kennen ja das Spiel noch, das ist ja mehr so wie ein Update zu dem Game. Hatten wir ja schon bei vielen Spielen, und ich dachte mir, so das passt gerade, nachdem wir den letzten COD durch hatten, Black Ops 2. Und ich wollte zwar WW2 machen, aber dazu gibt es noch ein Thema, aber das lassen wir erstmal, bis später. Gut, gehen wir mal in die erste Stufe rein. Was haben wir hier, wieder abschließen, Rang 35 mit dem Bohrer werden und grabe dich durch 3000 Blöcke. Leck mich am Arsch, okay, also Bohrer ist, okay. So, wir könnten wieder Flammenwerfer gehen, aber es hat mir nicht so sehr gefallen. Ist zwar geil, aber, naja, wir gehen lieber, glaube ich, damit, weil die Subata ist so strong. Plus, das ist genau der, die Bohrer-Klasse, also rein da. Boah, schon länger her, Junge. Holy shit, cool. Was ist das denn? Wow, 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 wow. Das ist neu. Alter Schede. Das war gerade echt unerwartet. Holy shit. Gib ihm, Junge. Ich frage mich, was das überhaupt bringt. Ist das etwa Tötung? Wahrscheinlich, ne? Das bringt ja gar keine Coins oder so. Ja, das bringt keine Coins, das war für Tötung. Okay, wir sind ja für das nächste Mal. Das sind Rollis. What the hell? Hier sind neue Dinge. So, Feuerratte. Den müssen wir auch kaputt machen. Was ist das hier? Salz oder was? Ach, keine Ahnung. Warte, da unten ist irgendwas. Jawohl. Da war es gut. Oh, ja. Come on, kill us. Kill us, die game gute IP. Oh, das wird wehtun. Oh, oh, oh. Nicht mich töten. Ja. Oh, oh, shit. Okay, was nehmen wir jetzt? Nehmen wir die Strahlenkanone oder nehmen wir den Flammenwerfer? Boah, das ist jetzt schwer. Ich glaube, wir fangen mal mit dem Flammenwerfer an. Klassiker. Jawohl. Wir brauchen mehr, wir brauchen mehr. Wir finden gerade gar nichts, Junge. Boah, IP verdienst du nämlich gerne mit. Come on, come on, come on. Wir brauchen ein Level up. Okay, das ist ein bisschen Trash, aber wir nehmen es mit. Oh, mein Gott, das ist ein Boss gegen... Ähm, Nachleidegeschwindigkeit. Schieß, 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 schieß. Come on, come on. Der läuft weg. Junge, das ist komplett anders als sonst. Okay, machen wir hier alles kaputt. Schaden. Äh, ja, müssen wir... Oder ich mache Bergung. Das heißt, ich mache lieber Statboost oder ich nehme Feuerschaden. Ich glaube, ich nehme aber Feuer. Statboost wäre aber auch strong, ne? Boah, scheiße. Aber Feuer ist bestimmt nice. Machen wir Feuer. Okay, schnell durch, schnell durch, schnell durch, schnell durch. Come on, come on, come on. Was fehlt noch? Unten. Junge. Eigentlich noch nicht. Das ist noch zu früh. Oh, da sind Blümchen. Dankeschön. Okay, Feuerratte. Immer wieder gut. Come on, come on, come on. Und zack. So, erhöht die Ausweichschance, wenn du Schaden nimmst. Leben oder das? Ja, komm, nehmen wir das hier. Why not? Holy shit, wie soll ich da durchkommen? Da ist der Wecker wieder. Warte mal, wie machen wir das jetzt? Schaden? Jawohl, Junge. Jawohl, Junge. Okay, das ist echt ein gutes Update, Junge. Viele neue Viecher. Oh shit, wir müssen uns durchbohren. Daher, warte, 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 warte. Oh, das ist schade. Holy shit, okay, ähm. Wir müssen irgendwie weg. Ähm, nehmen wir nachhaltige Schwindigkeit. Hier ist irgendwie zu viel. Oh fuck, wieder so ein dicker. Bam, 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 bam. Und? Ja, zufällig generiert. Okay, okay, okay. Wir müssen noch irgendwo hin. 70 Lebenspunkte. Jawohl, weiter, 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 weiter. Ich glaube, die können die nicht kaputt machen anscheinend, oder? Ich sammle gerade einfach die EP ein. Nice. Eine Wurfaxe, holy shit. Okay, wir nehmen aber trotzdem den Burner hier. Genau den. Der wird uns ordentlich helfen. Okay, den Elite will ich später töten. Weil ich will erstmal noch ein bisschen Gold oder so finden. Weil wir haben gar nichts, Junge. Kaum was gefunden. So, da hinten sehe ich was rotes. Jawohl, ein bisschen Leben. Nehmen wir mit. Come on, bohr durch, bohr durch, bohr durch. Ein bisschen Gold. Jawohl, noch ein bisschen Rot. Da ist noch mehr Gold. Waffenreich, warte. Okay, wir müssen das Bein. Das Gold nehme ich mit. Ich bin jetzt gierig. Scheiß drauf. Los, 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 los. Wir holen uns noch die EP. Oh, das war gut. Das war auch gut. Jetzt heißt es rennen. Jetzt heißt es rennen. Oh, das ist weit. Los, renn, mein Freund. Renn, mein Freund. Du bist langsam wie scheiße. Oh, Junge, auf die Sekunde. Alter, auf den Schluck. Oh, Junge, das tut gut. So, was nehmen wir jetzt? Nachleidegeschwindigkeit für alle Strahlenwaffen. Das ist schon mal nicht schlecht, oder? Warte, zeig mal her. 15, nee, 3,87, 4 Sekunden. Wir nehmen, wie viel Nachleidegeschwindigkeit haben wir hier? 0,81. Wir nehmen das hier. Das will ich nicht so sehr. Wir nehmen zwei Stufen mit. Ein bisschen nachladen. Und dann gehen wir weiter. Wir behalten noch. Wir können ja später mehr rerounen. Oh, jetzt haben wir die Pilze. Okay. Ein bisschen mehr abbauen wäre nicht schlecht, damit sich das besser stackt. Jawohl, jawohl. Weiter, weiter. Wir holen uns das Gold. Das da oben lassen wir uns für später. Falls wir richtig viele haben, damit es egal, wohin runterfällt und Schaden macht. Come on, come on. Mehr nach rechts. Danke, danke. Da ist es schön. Jawohl. Was haben wir hier noch? Ein Strahl. Laufzeit. Oh, wir nehmen die Laufzeit. Ein Strahl ist zwar gut, aber am Ende kriegen wir sowieso welche. Deswegen ist es egal. Jawohl. EP, EP, gib mir. So, da hinten ist noch einer. Den machen wir aber später. Jawohl, stack, 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 stack. Gib mir das Ganze gute Gold. Zwerge sind ja in meinen Geschichten immer richtig gierig nach Gold. Deswegen Zwergen, na also. Ich glaube, da ist ein guter Spruch, oder? Wenn nicht, lass es mich wissen in den Kommentaren. Boah, Junge. Das sind so viele Pilze. Wir brauchen die. Jawohl. Ein paar Pilzchen. Noch ein Pilz. Sehr viel Healing. Oh, shit. Da kommen viele. Oh, fuck. Das habe ich nicht gesehen. Mein Fehler. Fettsack. Indirekt. Okay, Status-Effekt über Zeit. Ja, ist nicht schlecht. Wir haben ja so viel Feuerschaden, da müssen wir das mitnehmen. Der Schaden muss mehr sein, wenn die burnen. Holy hell. Alter. Come on, come on, come on, come on. Jawohl. Schöne Explode. Schaden von den Strahlenwaffen. Sehr wichtig. Come on, mach alles sauber hier. Sehr gut. Noch kommt nicht die... Die, wer ist das? Oh, selten. Die Meute her. Oder die, die Bälle. Holy shit, ist das schwer. So lange nicht mehr gezockt, ey. Aber die gehen gute EP, diese Rollis. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Holy shit. Warte mal. Okay. Okay. Wollt nur nachgucken. Verwässerte Strahlenlänge auf Kosten der Breite. Vervisiert den Gegner mit den meisten Gesamtlebenspunkten an. Minus 30% Schaden, aber... Erhöht die Menge an Brandeffekten. Okay, insgesamt weniger Schaden, aber mehr Schaden über Zeit. Hast du viel Schaden? Oh, 153. Ne, das behalten wir. Das habe ich nicht gesehen. Holy shit. Das heißt, wir können jetzt den Strahl erweitern, aber er wird dünner. Oh, will ich dünner oder nicht? Ohne, wie sieht den Gegner mit dem höchsten Damage, äh, Leben an? Das ist natürlich gut, wenn man den Bossgegner am Ende richtig schnell bürsten will, aber das ist ein Problem. Weil so hat man immer zufällig wohin und hier wird er auf jeden Fall. Oh, das ist gut. Na gut, dann nehmen wir das hier. So, gib ihm. Wo ziehst du jetzt hin? Jetzt bin ich gespannt. Höchst deinen Schaden pro Gold. Ring. Tankiness. Dann nehmen wir den Feuerring, weil wir schon so viel Feuerschaden haben. Je mehr, desto besser. So, komm mal, gib mir die Pilze her. Jawohl, das war der letzte. Schadenerhöhung, Nachhaltigeschwindigkeit. Nehmen wir den Schaden. Come on, come on, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr. Sehr schön. Okay, come on. Boah, ein bisschen schneller drehen wäre geil. Oder mehr Strahlen, dann ist es ja egal. Noch mehr Schaden. Wir müssen die unbedingt machen, weil die wird uns den Arsch retten, wenn wir wegrennen. Weil das ist unser höchster Damager. Okay, pass auf. Wir müssen irgendwo hin. Wir müssen noch mehr looten. Wir brauchen mehr Währung. Die Rot haben wir kaum gefunden. Neue Waffe. Okay, pass auf. Schmutz. Granaten sind nicht so mein Favorit, muss ich sagen. Wirf eine Bomberang-Axe, die zu dir zurückkommt. Wir sehen den nächsten Gegner. Also den nächsten stehenden Gegner. Bewerfbar explosiv kinetisch. Habe ich noch nicht freigeschaltet auf 12. Wollen wir testen oder wollen wir lieber Tryhard? Da komm, testen wir mal, ne? Wenn schon, denn schon. Warte mal, muss ich die Axe aufheben? Was ist das denn? What the hell? Okay. Los. Boah, dich durch, mein Freund. So, die geben ja trotzdem EP. So, wir gehen hier hin. Pum, 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 pum. Und? Oh, unlucky. Oh, shit. Jawohl, jawohl. Genau, auf ihn, auf ihn, auf ihn. Dann laufen wir weg. Jawohl, boah, dich durch. Das ist unsere Aufgabe nämlich. 3000 Steine. Das da oben brauchen wir gar nicht mehr, glaube ich. Außer die haben es geupdatet. Come on, durch, 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 durch. Jetzt gehen wir nach hier oben. So, da oben sehe ich was. Jawohl, rotes Zeug. Das brauchen wir auch auf jeden Fall. Der will nämlich jetzt auch sterben. Ganz genau. Oh, fuck. Selten. Schaden, Feuerrate, Nachladezeit. Komm, den wir. Jawohl, schieß, schieß, schieß. Sehr schön. Jetzt müssen wir uns aber auch beeilen. Wunderschön. Ein bisschen den Weg geöffnet. Laufzeit. Immer wieder gut. Gut, je länger die Feuerstrahlen ballern, desto besser für uns. Irgendwie kann ich nicht aufheben. Ich glaube, das ist auch nicht beabsichtigt. Was wir uns machen können. Oh, machen kann. Ja, weg hier. Scheiß drauf. Safe, safe. Also, was haben wir hier Schönes? Okay, pass auf. Wir fangen mit dem hier an. Wie viel haben wir mit Crit? 208. Die Chance, 17%. Okay, ich glaube, wir geben diesmal alles aus. Und dann nehmen wir auch die Beine durch, damit er schneller sich hochlevelt. Dann lassen wir das so, weil wir haben eh nicht genug zum Reroll. Ich weiß, was Gutes kommt. Längst sich schon leben. Wieder die Blümchen. Gefällt mir. Die sind am schnellsten. Jawohl. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Okay, versuchen wir es mal ein bisschen freizuschalten hier in die Map. Da unten habe ich schon ein Blümchen gesehen. Da oben war irgendwas in der Ecke, aber ich weiß nicht, was das war. Geschwindigkeit brauchen wir auf jeden Fall, aber wir nehmen was noch abbauen, damit wir schneller durchrennen können. Genau deswegen. Dann stackt sich das. So, schon mal einen Weg kreiert für später. Blümchen. So, was haben wir noch? Schönes? Ah, noch ein Blümchen. So, komm mal. Jetzt brauchen wir aber ordentlich hier... Fetzt mal alles hier weg. Ach, der ist so klein geworden, der strahlt. Willst du mich verarschen? Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau war, doch, wiederum. Holy shit. Oh mein Gott, der kommt, der kommt, der kommt. Huch. Ich muss irgendwie durch. Nachleidegeschwindigkeit, Damage. Oh, fuck. 9 Prozent, wie viel haben wir denn schon, Nachleidegeschwindigkeit? 35 Prozent. Ah, fuck, das ist so gut, aber ich brauche das eigentlich. Weil irgendwann habe ich schon genug Level und dann kommt nichts mehr. Und dann bin ich selber am Arsch. Okay, gehen wir einfach runter. Mal gucken, was wir noch finden. So. Das tut weh. Okay, da müssen wir aufpassen. Fuckin' hell. Was haben wir hier unten? Ne, das ist Schmutz. Das suche ich nicht, um ehrlich zu sein. Das suche ich nicht. Aber wir können das mitnehmen. Wunderschön. Besser geht's nicht. Genau dafür sind die gedacht. Das könnte ein Level-up werden, ganz genau. Und dann nehmen wir Nachleidegeschwindigkeit oder Damage. Wir nehmen mal Damage. Ja, das ist schon langsam besser. Okay, jetzt müssen wir hier weg. Da ist Gold. Da hat sich das doch hierhin gelohnt. Oh, ist das schwer durchzukommen. Was ist das denn, junge Salz, oder was? Das solch richtige Salz. Jawohl, wunderschön. Oh, das nehmen wir. Wie viel haben wir jetzt? Eins? Oh, unter zwei Sekunden. Jetzt bin ich zufrieden. Da sind Blümchen. Blümchen, ich komme. Schöne Explosion. Objektiv gelohnt. Objektiv gelohnt. Da haben wir wieder ein paar Coins bekommen. So, jetzt aber, ne? Komm. Wir müssen die rösten. Wunderschön. Okay, pass auf. Dann nehmen wir jetzt ungewöhnlich, weil wir müssen mehr einsammeln. Wir müssen immer viel zu nah ran. So, hier ist noch ein bisschen Gold. Und dahin ist noch mehr Gold. Oh, das ist eine gute goldige Runde. Leider haben wir das Perk nicht genommen. Das hatte Fakt. Mit mehr Schaden pro Gold. Alter, Junge, der bohrt sich durch. Oh mein Gott, ich muss weg. Weg, 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 weg. Öhm, rotes Zeug. Nehmen wir mit. Haben wir noch irgendwas Schönes hier in der Nähe? Ne, ne? Okay, pass auf. Bauen wir uns weiter durch. Und suchen nebenbei natürlich, äh, unser, unser Zeug da. Warte mal. Da hinten ist er gleich. Oh, der Boss ging nach Spawn. Okay, pass auf. Wir müssen das freiräumen. Der Miniboss kommt nämlich. Und das bräuchten wir vielleicht. gleich. Genau deswegen. Schön einsammeln. Ah, nochmal ein Level up wahrscheinlich. Ganz genau. Oh, EP schneller. Brauche ich, damit ich, äh, mehr freischalten kann. Mein Gott. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Ähm. Fuckin' hell. Ähm, wie komme ich hier durch? Wahrscheinlich so. Oh, das ist okay. Oh, das war gut. Das war wunderschön. Nein, jetzt, weil es da drin ist, zählt das nicht mehr. Oh mein Gott. Mein Gott, das wird nicht gut enden. Das wird nicht gut enden. Das wird nicht gut enden. Ähm. Shit. Beiratet. Und. Kaboom, Junge. Das nehmen wir mit. Ah, erhöhte Heilung. Ich finde es schade, dass man hier auch nicht rerollen kann, weil es sind, die sind eigentlich so wichtig, aber die sind immer so scheiße, wenn das, ach schade, naja. Ja, was nehme ich denn jetzt? EP? Irgendwann bin ich Level Cap, ab Level 50, 55 spätestens. Das heißt, das brauche ich gar nicht. Der Temposchub ist not bad, aber ich laufe immer. Also ich muss die Heilung nehmen, ey. Naja, gut. Besser als gar nichts, war. Dann gehen wir weiter. Das kann ich noch nicht machen, das muss ich nächstes Mal leveln. Wir müssen die Pistole vollkriegen, weil die hat so einen heftigen Upgrade. Wunderschön. Und, wo ist das Drop-Hot? Drop-Hot. Wir müssen die hier wegballern, weil die sind richtig gut. Zack. Feier zwei parallel. Jawoll, Junge. Wunderschön. Wir müssen durch, wir müssen durch, wir müssen durch. Der muss weg. Wunderschön, der gibt richtig gute EP. Das Blümchen nehme ich mit. Haben wir sonst noch was Schönes? Ja, ein bisschen ballern. Wunderschön. Geschafft. Oh mein Gott, ich war ein bisschen zu gierig. Ich habe vergessen, ich habe nicht einen Movement Speed Upgrade, ne. Ich bin so slow. Okay, pass auf. Dann nehmen wir Glück. Wir nehmen zwei Level. Und dann nehmen wir noch... Nachladegeschwindigkeit. Scheiß drauf, 2,5. Die weniger. Hey, das ist Spuggy. What the hell? Alter, Scam. Ihr seid dabei. Ich habe mich geheilt. Ja gut, wenn man abgelenkt ist, verkackt man auch richtig hart. Oh toll, jetzt gibt es das hier, aber ich habe das nicht. Ja, GG. Gut, dann nehmen wir noch mal nachladen. Scheiß drauf. Jetzt würde ich hier richtig hart engagieren. Junge, ich habe gerade einfach Kohle bezahlt zum Heim für ein paar LP, weil ich mich verklickt habe. Junge. Da hat man schon so eine geile Economy. Und dann kommt so ein... Oh, das ist gemein. Glück oder Laufzeit. Holy shit. Das Geile ist, hier steht Laufzeit. Hier ist aber keine Laufzeit eingegeben. Was ist das für ein Müll? Ich weiß nicht, es gibt nicht mal eine Angabe, wie lange das läuft. Aber ich muss Glück nehmen. Junge, ihr wisst, wie das ist. Wenn man einmal richtig lucky ist, Junge, du rasierst alles weg. Nur lila, nur alles. Legendär. Das muss man mitnehmen. So, come on. Wir müssen sowieso die Aufgabe schaffen. 3000 Blöcke habe ich schon geschafft eigentlich. Warte mal. Oh, nur die Hälfte. Oh mein Gott, Junge. Da muss man ja richtig, ey. Okay, Speedy Gonzales werden. Okay, jetzt nicht mehr schießen, sondern nur graben, Junge. Graben, 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 graben. Und kaboom. Wunderschön. Ja, nach vorne haben wir halt nichts zum Schießen, ne? Das ist das Problem. Mein Gott, das ist so viel. Hinterher. Lauf, 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 lauf. Born, born, born. Da sind die Pilze. Das ist sehr wichtig für die Economy. Wunderschön. Wieder Gold, was gefunden. Also Gold läuft bei der Map gerade. Da haben wir echt gut Glück gehabt. Drei Pilze. Ich bin zufrieden. So, ab nach oben. Schaden der Strahlen. Wir müssen das nehmen. Erhöht die Rotationsgeschwindigkeit. Ja, das ist jetzt schlecht. Ah, fuck, ey. Ja, müssen wir dann nehmen. Da kann es besser aimen. Mit seinem Mini-Strahl. Ganz genau das. Come on, come on. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche das. Jawoll. Come on. Alter, das ist echt heavy gerade. Geht so viel EP. Schaden. Nachhaltige Geschwindigkeit. Wir müssen Schaden nehmen. Wir müssen das auf Level oder Endgame-Level bringen. Ganz ehrlich, gut unterwegs. So, jetzt haben wir alles. Wunderschön. Jetzt heißt es laufen. Oh, Junge, was eine Explosion. Oh, was eine Double-Explosion. Triple. Wir müssen laufen. Oh, wir müssen laufen. Oh, nee. Da lang wollen wir nicht. Da lang wollen wir nicht. Was nehmen wir jetzt? Was nehmen wir jetzt? Das war es noch nicht auf Level. Full ist... Oh, Junge. Ich habe so viel HP, Gott sei Dank. Lauf, 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 Junge. Lauf. Alter, Schüdi Philippi. Was nehmen wir jetzt? Schaden über Zeit. So, das blockieren wir mal ein bisschen den Weg. Oh, wunderschön. Danke dafür. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Jawoll. Und durch, 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 durch. Der Junge, der ist richtig gierig, der eine. Nein, da fehlt noch was. Oh. Das ist gut. Das ist gut. Noch nicht gut. Noch nicht gut. Sparen, Junge. Das ist gut. Jetzt kommen wir, Sucker. Ha, ha, ha. Oh, shit. Da müssen wir jetzt Gold sparen. Ein Prozent pro fünf Gold. Das heißt, 50 Gold sind 10% Schaden. Uh, 20% Damage. Fast sogar 30. Ey, okay. Ja, dann müssen wir Gold jetzt sparen. Fuck, wir nehmen Damage mit. Und, plus zwei Level. Warte mal, wie viel haben wir jetzt dadurch? Kann man das sehen? Ähm, leider nicht. Schade. Egal. Versuchen wir das einfach so. Wir können sozusagen mitzählen. Aber der Damage ist jetzt schon 300 auf einmal von der Pistole. Wenn wir das Ding rasiert. Oh, Alter, wie der ist bürstet. So, die Äxte werden jetzt auch rasieren. Geben wir Level ab. Nice. Nachleidegeschwindigkeit. Oh, das sieht bis jetzt so richtig gut aus. Und wir sind nicht mal endgames, sondern wir sind vor Level. Jetzt machen wir extra. Weil, wir wollen ja das schaffen. Im Sinne von. Die 3000. Wie viel haben wir jetzt schon? 2000. Joa, zufrieden, zufrieden. Scheiße, der wird jetzt sterben durch den Strahl. Jawohl. Mein Gott, ich bin so froh, dass es mich nicht tötet. Come on. Jawohl, der ist down. Warte, ich brauche die EP. Hallo? Ich brauche die EP. Wunderschön. Weiter, 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 weiter. Wunderschön. Das ist ein Level ab. Oder auch nicht. So, jetzt aber laufen. So, die Steinchen nehmen wir mit. So, wir nehmen das alles mit. Oh, perfekt. 50% Schaden. Wellenkocher. Appliziert jetzt auf Verlangsame. Oh mein Gott, ist das broken. Jetzt habe ich einen super slow. Aber leider nur einen Mini-Strahl. Also der Mini-Strahl macht es kaputt. Schade. Okay, kein Mini-Strahl mehr nehmen. Außer der erhöht den Schaden. Okay. Dann. Wir müssen das Gold behalten. Wir können aber noch Gold finden. Aber wenn wir noch sparen, haben wir 40% Damage-Erhöhung. Genau, wir kaufen nur noch etwas mit Gold, was unbedingt wichtig ist. Ich könnte es auch schon einmal rerollen. Fuck. Okay, darauf gehe ich. Wir werden noch ein paar Level-Ups haben. Und ich hoffe, dass wir was Geiles ziehen. Deswegen nehme ich das mit. Das ist ein gutes Investment. Und ansonsten... Weiter geht's. Gut, letzte Map. Kann ich das kaputt machen so? Nee, das geht nicht. Oh, Junge. Ah, die Wurfwax, Junge. Oh, der ist low. Oh, man friert auch ein. Wie busted. What the hell. So, mehr Kohle. Gib ihm. Das heißt auch mehr Schaden. So, wir haben doch hier auch bestimmte Aufgaben, ne? Blümchen, irgendwas. Junge, viel Coins. 44 Gold plus. Nice one. Jetzt sind wir wieder beim alten Stand. Das gefällt mir. Burst die Scheiße nieder, ey. Holy shit. Wie krank das ist. Oh Gott, ist das schnell. Aber meine Reichweiteneinsammlung ist so trash, ey. Wirklich. So, jetzt müssen wir genug kaputt machen, weil wir müssen ja die Mission schaffen. Noch 400. So, let's get it. Wir machen alles kaputt. Come on. Addier dich, addier dich. So, da ist noch mehr Gold. Wunderschön. Und noch mehr Gold. Junge. Es könnte wieder 44 werden, ne? Heilige Mutter. Einstrahl dazu oder Geschwindigkeit. Einstrahl, Junge. Gib ihm. Oh. Schuriken, Junge. Let's get it. Alles durchbohren. Ah, das ist noch zu früh. Das ist zu früh. Das sparen wir uns auf. Oh. Den Boss gehen wir uns noch nicht gönnen. Okay. 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 Oh Gott. Come on, come on, come on. Holy moly. Nice. Weiter geht's. So, jetzt haben wir das letzte Artefakt, was wir noch haben können. Ich hoffe, auf was richtig Geiles, ey. Ohne Scheiß. Auf was richtig, richtig Gutes. Boah, langsam ist viel hier. Das war keine gute Wahl. Alter, wie slow. Das ist alles Trash. Feuer nehmen wir. Feuer haben wir. Ordentlich. Oh. Okay, das ist broken. Im Sinne von 50 Gold alle 50 Sekunden im Austausch für 100% Schaden. Das Lustige ist, wenn ich das jetzt nehme, Pay-to-win-Konsole, ne? Habe ich so viel Schaden. Ich muss dann sofort zum Ei rennen und einfach den Typie bursten. Da lohnt sich nicht mal das hier. Warte mal. Let's go. Oh mein Gott. Let's get it. Warte mal hier. Genau deswegen. Das tut weh. Ich habe Glück gehabt. So, jetzt bürste ich ihn nieder. Genau deswegen haben wir das genommen. Pay-to-win. Wie das steht. Aber nur am Ende gut eigentlich. Außer du hast unlimited, äh, irgendwie Geld mit dem Motto oder so. Dann ist er natürlich auch richtig broken. Alter Schäle. Gut. Nehmen wir nochmal Crypt mit. Wunderschön. Und weg, ja. Tadaa, Junge. Okay, das ist auch Level 1, ne? Es ist ja simpel, wenn man eingespielt ist oder ordentlich was freigestellt hat. Ich will nicht wissen, wie Level 5 ist, ganz ehrlich. Bah. Das ist wahrscheinlich richtig widerlich. Aber wir haben alle drei geschafft. Das ist doch geil, oder? Sofort beim ersten Mal. Geiles, sozusagen, Vorschau-Effekt. Oder wie man es nennen würde. Was haben wir sonst noch? Verbessere zwei Waffen auf Level 18. Oh Gott. Stehe für 45 Sekunden still. Wow. Verwartende Aufgabe. Tu nichts und du wirst belohnt. Verbessere die Crewgranate. Zerstöre Stalagmiten. Stalagmiten. Ich hoffe, ich sage das richtig. Und dann haben wir noch mehr, aber da kommen wir noch nicht hin. So, Leute. Damit haben wir das Update einmal angezockt. Ihr müsst mal sagen, ob wir versuchen, bis Level 5 zu spielen. Ich werde noch selber gucken. Weil natürlich muss man Lust drauf haben. Aber vielleicht werde ich das privat zwischendurch spielen. Oder im nächsten Stream. Ich muss mal gucken, was ich im Stream überhaupt Bock habe. Vielleicht machen wir das sogar im Stream. Wäre auch nicht schlecht eigentlich. Oder, wie gesagt, als extra Video. So kann ich sogar das letzte Level nur fürs Video lassen. Und ansonsten kommt wahrscheinlich dann noch ein Video. Update zu einem anderen Game, glaube ich. Ansonsten, wenn nicht, dann sind wir wahrscheinlich schon bei der AC-Reihe. Weil, wie gesagt, mit den Comforti WW2-Titel, da ist noch was zwischen passiert. Aber das erkläre ich nochmal im nächsten Video. Also, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.